Ja, Hallihallo Freunde, da bin ich wieder im nächsten Teil. Und wir machen auch direkt weiter. Ich hab's nochmal zurückgespult. So, ja. Ja, das hatten wir schon alles. Ja, Sir. Wenn wir die Sensor-Poste erst einmal verletzen, hätten wir die bessere Wahrheit, die Re-Supply-Outposte mit Überraschung zu nehmen. Ich hab's nochmal zurückgespult bis, wie gesagt, zur Sternenbasis. Das heißt, wir haben jetzt gleich mal die Sensoren verlangt für uns. Und dann werde ich sofort, wenn der Notruf kommt, zur Geronimo fliegen. Und dann hoffen, dass ich ihr helfen kann. So, da werde ich jetzt mal nicht hinfliegen. Ich werde in das System fliegen. Kurs, legt in. Aye, aye. Taktik, dann bin ich nämlich nicht im Kampferwickel und kann direkt losfliegen. Captain, I've located the Re-Supply-Station on Long-Range-Sensors. It's in a cell of three. Since we were unable to locate and destroy some of the Cardassian-Sensor-Posts, it's likely they will detect us approaching their position and have a hot reception waiting. Okay. Your orders, Captain. Initiating scan. Ein bisschen Zeit schütten. I'm not finding anything new, Captain. Initiating scan. Yes, Captain. I'm not finding anything new, Captain. Standard orbit. Aye, sir. So, vielleicht können wir, wenn wir hier in der Planeten, äh, im Planeten-Orbit sind, die nochmal scannen, und vielleicht haben wir ja dein Glück, hier irgendwas zu finden. Entering Standard orbit. Captain? Yes, Captain. Initiating scan. Your orders, sir? I'm not finding anything new, Captain. Your orders, Captain. Your orders, sir? Captain, we should go after the Sensor-Posts. Hmm. Captain? Tja, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als doch dahin zu fliegen. Course laid in. Aye, Captain. Leaving orbit. Oh, maus. Oh, maus. Standard orbit. Aye, sir. Oh, wow. No other vessels near the station. Could they have abandoned it? Doubtful, Ensign. Hallo, maus. You may have been detected on our way in, Captain. Sensors indicate the outpost is fully operational, with Cardassians aboard. Maybe we just have good timing. Let's just need the best. Engaging to destroy, Captain. Ha, Deep Space Nine. Ach, nee, doch nicht. Sieht nur so aus. Ehhhh... Ehh... 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 It's entering the area. Cardassian configuration. So much for good timing. All hands to battle stations. It's going to be difficult to get through the outpost's shields while fighting off Cardassian Sweeping through phaser arcs. Es könnte besser gehen nach den neuen Arrivals, als zu Ende der Supplieren. Ah, komm schon! Wenn ihr nachgibt, dann geht's. Captain, ich habe eine FEDERATION DISTRESS CAR in allen Frequenzen. Das ist der Geronimus. Wir haben alle Starfleet-Vesseln. Wir wurden in der Zay-Entreides-Systeme geholfen und brauchen sofortige Unterstützung. Unsere船 ist mit einer starken Unterstützung von Kardassian- und Kesak-Sachs. Please assist. Ja, Sir. So. Der Beobacht wurde verletzt, Captain. Ich habe reportiert unsere Progresse zu Admiral Liu. Sie ist aufgerüstet. Aufgericht, Ensign. Great job zu verletzten die Re-Supply-Base, Captain. However, we still need you to take out the Sensor-Stations. Liu out. Captain, those ships have followed us from the last system. Engaging to destroy, Captain. Should we try to shake them? Der Affar, was ist das denn? Captain McRae is hailing us. On screen. I'm sure I'm glad to see you, Sovereign, but I wish you'd left your friends behind. Would you kindly help me to properly exterminate these pests? Come. Their bottom shield is draining, Sir. Moving into attack. Our ventral shields are draining, Sir. Ja, dann dreh dich doch. Sir, we are draining their top shield. Also, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Jawohl. Nächstes Schiff. Let's see that ship try to follow us with no engines. Haha. Sir, their top shield is draining. Oh, come on, Torpedos. Oh, ich bin ja schon durch. Fining up forward torpedoes at 75%. Let's see that ship try to follow us with no engines. Los, komm. Weiter. Hinten. Die hinteren Torpedos. Die hinteren Torpedos. Raus damit. Komm, umdrehen. Oh, where are my torpedoes? Das darf ja aber jetzt wohl nicht wahr sein. Winding up rear torpedoes at 75%. Komm, hinten raus. Mensch, was macht der Trottel hier? Okay, Sir, they have hull breaches on multiple decks. Sweeping through phaser arcs. Ah, you call that fighting. I'll show your bloody fight. Full impulse. Full impulse. Ei, 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 ei. Der Typ hier, der Faller-Tisch. Jetzt hab ich ja alles verloren. Captain McRae is hailing us. On screen. Captain, my warp drive is back online. I'm raising over here. Captain McRae is hailing us. Target fall integrity at 50%. Captain, we can't take much further. Integrity is down to 50%. Ah, super. Was ist das? 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 Sir, mehr Schiffe sind uns folgenden. Terrific! Sie haben eine Posse! Sir, es ist ein Sensor-Post vor. Ich habe eine Galore und eine Keldung. Message von Geronimo. On-screen. Wir haben dich covered, Sommar. Engage und zu destroy, Herr. Sie sind auf 75%. Hülle, Warp-Kern. Sweeping through Baser-Arc. Die sind ja komplett weg! Ja, so geht das ja mal gar nicht hier. Scheiße! Ich muss zurück zur Sternen-Basis. Das geht ja mal gar nicht! Nein! Was ist das? Sie sind in der Kälte der Kälte. Die Stärkale der Kälte sind 50%. Sie sind in der Kälte vor. Sie sind in der Kälte vor. Sie sind die Kälte der Kälte. Die Geronimo ist nötig der Kälte der Kälte. Die Mikrofrakturen starten in der Halle. Komm! Yes! Hoffentlich kommt die mit dir, Geronimo. Ja, da kamen sie mit. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Die Schiffe sind noch in der Nähe, Captain. Noch immer? Sovereign zu Starbase 12. Wir sind durchdrehen von multiple Hostels. Wir hoffen, hier einen Stand zu machen. Well, schau, was der Sovereign hat. Wenn du sie zu uns, Captain, werden wir ein bisschen von dir ausdrücken. Hallo, Sovereign. So, ich bin wieder da. Jetzt ist der Schmuse kurz vorbei. Sir, Geronimo kann nicht mehr Hits nehmen. Message from McRae. Audio only. Engaging to destroy it. After the bottom shield is going to serve. Na, also... Ist er schon wieder weg? Message from McRae. Audio only. All hands are going to serve. All hands are going to serve. Das hatten wir schon. The Geronimo has been destroyed. Ach, scheiße. Dann kann man die, glaube ich, gar nicht beschützen. Na, okay. So, jetzt ist es vorbei hier. Was macht der schon wieder hier? Moving into attack range. Ja, aber das ist die andere Richtung. So, jetzt ist er, der Aft shield ist draining. Moving into attack range. Der Top Shield hat failed. So, der nächste ist er. Oh, 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 oh. Moving into attack range. So, ist die Torpedos raus. Jawoll. Their bottom shield is draining, Sir. So, was gibt dat jetzt hier für'n Ententanz? Moving into attack range. Der dreht schon wieder ab. Target haul integrity at 75%.